hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi und heute gibt es wieder einen orakel und zwar der zehnte spieltag liegt an und zwar mit den partien hertha gegen union freiburg gegen gladbach frankfurt gegen dortmund dort köln gegen wolfsburg arminia bielefeld gegen mainz bayern gegen leipzig werder gegen stuttgart schalke gegen leverkusen und hoffenheim gegen augsburg ich habe heute für euch vier booster der magitex 2021 und 21 das sind die elfer booster entschuldigung und ich werde jetzt mal mich hier weg beamen und da würde ich sagen wir starten in die erste halbzeit also pro halbzeit zwei booster wir starten mit dem ersten booster wir haben hier erstmal den code dann haben wir hier tor für stuttgart durch endo wo haben wir stuttgart da haben wir stuttgart dann hätten wir mainz 05 martin 1 zu 0 für mainz 05 oder 0 zu 1 das ist hier oben dann haben wir hier bastos von frankfurt mit dem 1 zu 0 gegen dortmund so ein bisschen rüber hier und haben wir schon den ausgleich für dortmund durch lukas piszczek 1 zu 1 ein bisschen näher dann hätten wir als nächstes alphonso davis für den fc bayern münchen das 1 zu 0 hier haben wir hier unten noch ein bisschen noch ein bisschen zack dann haben wir hier bikacic von hoffenheim das 1 zu 0 hier gegen augsburg und hier stören jetzt die booster zack dann haben wir hier schalke 04 ist stammbuli 1 zu 0 gegen leberkusen joh moin bin mal gespannt dann hätten wir hier ein paar lenker von werder bremen das wäre das 1 zu 1 hier gegen stuttgart dann haben wir hier vfl bochum aber die spielen ja nicht die ersten ähm jetzt muss ich die mal irgendwo auf seite legen so dann hätten wir hier frankfurt der starspieler silva mit dem 2 zu 1 gegen dortmund uuuh dann haben wir hier noch äh dauerbrenner von arminia bielefeld fabian kloß das wäre das 1 zu 1 hier gegen mainz 05 so dann noch den zweiten booster dann wären wir durch mit der ersten halbzeit so zack hier ist wieder der nächste code zack erstmal wieder alles richtig drehen hier zack wir hätten hier von der hertha luke baggio das wäre das 1 zu 0 hier gegen union und da ballert wieder so ist besser so da hätten wir hier stuttgart mit sosa das wäre das 1 zu 2 für stuttgart dann haben wir hier union berlin friedrich das wäre das 1 zu 1 hier gegen die hertha ja moin so dann hätten wir hier freiburg linhardt das wäre das 1 zu 0 gegen glattbach dann haben wir hier leverkusen in dem hier bei das 1 zu 1 hier gegen schalke 08 äh 4 dann haben wir hier das 2 zu 0 für die bayern durch toulouseau yeah dann haben wir hier oh wieder schalke oh cipka das wäre das 2 zu 1 hier gegen leverkusen oh oh dann haben wir hier werder bremen klasen das wäre das 2 zu 2 hier geht es aber richtig los in dem spiel dann haben wir hier die kleeblätter ich bin hier nicht da dann haben wir hier ähm schalke wieder amina harit das wäre das 3 zu 1 für schalke uh und dann haben wir hier noch mainz 05 nia kt und das wäre das 1 zu 2 für mainz 05 ja das war die erste halbzeit und da bin ich wieder ja was für eine erste halbzeit also das orakel sagt in der ersten halbzeit 1 zu 1 herder gegen union 1 zu 0 für freiburg durch äh gegen glattbach dann haben wir hier das 2 zu 1 frankfurt gegen dortmund 0 zu 0 noch köln gegen wolfsburg ähm dann haben wir hier 1 zu 2 ähm amina bielefeld gegen mainz dann haben wir hier 2 zu 0 für bayern gegen leipzig dann haben wir hier 2 zu 2 werder bremen gegen stuttgart wir haben 3 zu 1 schalke gegen leverkusen und dann haben wir 1 zu 0 für hoffenheim gegen augsburg so jetzt zeige ich euch mal meine tipps ich sage herder gegen union 1 zu 1 freiburg gegen glattbach 1 zu 3 frankfurt gegen dortmund 2 zu 4 köln gegen wolfsburg 1 zu 3 bielefeld gegen mainz 2 zu 2 bayern gegen leipzig 3 zu 2 dann haben wir werder bremen gegen stuttgart da sage ich 2 zu 1 dann haben wir schalke gegen leverkusen 1 zu 4 sage ich da und hoffenheim gegen augsburg sage ich 1 zu 2 ja das sind meine tipps und dann würde ich sagen ich büme mich wieder weg und wir starten in die zweite halbzeit und dann würde ich sagen los geht's so es kann nochmal spannend werden hier also eine 0 nummer noch hier in köln und in stuttgart in bremen ist es auch noch ziemlich ziemlich ausgeglichen wir haben hier erzgebirge aue aber die spielen ja nicht in der ersten wir haben hier arminia bielefeld säufert das wäre das 2 zu 2 hier gegen mainz na ihr sollt doch nicht ah so ich muss ja sehen wie viel steht so wir haben hier hoffenheim ist goff das wäre das 2 zu 0 hier gegen augsburg wir haben hier jansommer von glattbach das ist das 1 zu 1 hier 1 zu 1 oh wir haben hier dortmund monnier das wäre das 2 zu 2 hier so hier ist wieder alles verdreht wir haben trapp von frankfurt oder führen sie wieder die frankfurter 3 zu 2 für frankfurt oh und köln kommt hier in führung durch jakobs so ein bisschen höher vielleicht so dann haben wir hier hannover 96 dann hätten wir hier union max kruse das wäre das 1 zu 2 hier gegen die hertha dann haben wir das klub logo von bayern münchen das fehlt mir sowieso noch oh wir haben die legende gezogen endlich hier für bvb aber das zählt für mich hier nicht in diesem orakel so wir haben den nächsten code so wir kommen jetzt zum endspurt sind ganz ein paar team alles mal richtig machen hier wir hätten hier matchwinner von stuttgart die der das wäre das 2 zu 3 hier gegen werder bremen dann haben wir hier braunschweig wir hätten hier werder bremen eckelstein alter da geht es ja richtig ab in diesem spiel hier 3 zu 3 dann haben wir hier schalke schubert das wäre das 4 zu 1 gegen leverkusen boah dann haben wir hier wolfsburg victor das ist das 1 zu 1 hier gegen köln dann haben wir leipzig mokile mokile so das ist das 2 zu 1 hier gegen die bayern so dann hätten wir hier die hertha die kommen hier wieder zum ausgleich durch niklas stark 2 zu 2 dann haben wir hier mainz 05 burkhard das wäre das 2 zu 3 für mainz dann haben wir hier heidenheim aber die spielen ja nicht den ersten dann haben wir hier mainz 05 starspieler quaison das wäre das 2 zu 4 stimmt das? ja und dann haben wir noch das union club logo und das war es dann so da bin ich wieder ja das oracle besagt jetzt 2 zu 2 hertha gegen union dann freiburg gegen glattbach 1 zu 1 dann haben wir hier 3 zu 2 frankfurt gegen dortmund 1 zu 1 köln gegen wolfsburg wir haben 2 zu 4 bielefeld gegen mainz wir haben ein 2 zu 1 bayern gegen leipzig wir haben ein 3 zu 3 hier in bremen gegen stuttgart wir haben ein 4 zu 1 schalke gegen leberkusen und dann noch ein 2 zu 0 hoffenheim gegen augsburg ja dann würde ich sagen falls euch dieses oracle gefallen hat lasst ein like für dieses oracle da und falls du noch kein abonnent von mir bist und dir meine videos gefallen oder meinen kanal dann lasst ein abo da und aktiviere die glocke dass du nichts mehr verpasst und dann würde ich sagen bis zum nächsten video oder live stream und ciao 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 ciao